UNTERTITELUNG Khadar. 415. Was ist 415? Meine Gefangenennummer, brah. Alles oder nix. 2012. Schakel! Mein Schakel, du Schalopke! In das ganze Land. Jetzt bist du Katar geworden. Aber ich will in der Musikindustrie arbeiten. Ist dein Geld? Ein viel Geld. Habt ihr noch nie über Dr. Dre? Welcher Doktor ist er? Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab seinen Koks verloren. Wie geht das Koks zu verlieren, Bruder? Weißt du nicht irgendein Ding, was ich trinken kann? In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an. Von wie viel Gold sprechen wir? Was hast du schon wieder angerichtet? Wovon riechst du? Wie soll man das machen? Im Knast ein Album aufnehmen? Bin ich wohl ein anderer Mann? G! 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 Lass mal bitte pennen, ja? Wie spät ist denn? Halb vier! Sorry, Junge. Die Stadt ist nicht für dich. Wir sind schon schon auf deiner Leben. Es gibt uns schon lange für dich. Und ich sage dir, was ist nicht alles. Wir setzen Leben, wie eine Legende. Wir gehen zusammen. Wie gehen wir uns? Keine Ahnung.